Ja, herzliche Freunde, willkommen zu einem neuen Video von dem Smokbuster Team. Wunderschöne Grüße und Wolfgang. Ihr habt es gesehen, ihr habt es auch schon auf Instagram mitbekommen. Ihr werdet es wahrscheinlich auch von anderen Bloggern sehen. Wir haben wieder mal einen eigenen Tabak rausgebracht nach über drei Jahren, zwei Jahren. Ich glaube, so lange ist es schon her mit dem Amok Smokbuster. Und ihr habt es ja mitbekommen, anfangs wollten wir uns eigentlich an den altbekannten Splash Cheurern wagen. Also quasi kirische Erdbeere mit einer leichten Eisnote und ganz leicht cremig. Aber das ganze Ding ist, wir haben da echt wochenlang, sogar monatelang rumprobiert. Wir waren sehr, sehr nah dran, wollten ihn dann einfach noch auf die 100% bringen, aber haben es leider nicht so ganz hinbekommen, weil es wirklich sehr schwierig ist mit den aktuell erlaubten TBD-2-konformen Tabaksorten, Aromen. Weil ja, vor allem dieses cremige Aroma, das wurde von TBD-2 ziemlich gef***t. Und das TBD-2-konforme cremige Aroma ist schwierig und klaut auch den anderen Aromen so ein bisschen den Geschmack und es hat einfach nicht so ganz gut hingehauen. Aber wir haben von Anfang an, haben wir uns noch eben einen sauren Apfel mit Traube, mit einer ganz leichten Traube und schön kühl, also Eisapfel. Saueren Eisapfel haben wir uns quasi noch mit produzieren lassen und haben den dann quasi probiert und haben uns darauf festgelegt. Hey, pass auf, wir machen einfach ein Remake vom Amok Smokbuster, jetzt mit dem Ottermann Slap. Wer es nicht weiß, Slap steht für Smoke Like a Buster. Wir zeigen euch ganz kurz mal die Dose an der Kamera, könnt ihr mal sagen, wie ihr das Dosen-Design findet. Ihr seht ja, ich habe mein Händchen am U-Design-Gesicht und haue ihm quasi eine rein. Ihr kennt es ja aus den Comics, wenn man auf die Fresse bekommt, dann kommt dieses Slap nur mit P geschrieben. Wir haben das quasi das Ganze umgeändert in Slap, quasi Smoke Like a Buster. Und ja, könnt einfach mal sagen, wie ihr so allein schon das Dosen-Design findet und wie ihr die Sorte Eisapfel mit einer leichten Traube und schön kühl für einen Sommertabak als All-Day für den Sommer, ist ja gedacht, wie eben damals der Amok Smokbuster, wie ihr ihn so findet. Und wenn ihr ihn schon geraucht habt, schreibt es in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Oder wenn ihr ihn nachträglich raucht, schreibt es unter das Video, wie ihr ihn findet. Genau, so schaut die Dose aus, Sascha hat es ja schon erwähnt. Hier bin ich drauf, hier ist Sascha seine Hand. Hier ist das Comic-mäßige. Unten dran habt ihr noch einen Umrührer quasi, das könnt ihr euch hier unten abschrauben. Dann könnt ihr diesen, diese, hier liegt eins, oh so by the way, hab schon raus. Dieses Plastikteil unten drinnen ist bei Oderman sehr, sehr cool. Könnt ihr die Dose einfach aufmachen, könnt den Tabak hier drinnen schön umrühren, könnt den Kopf damit bauen, könnt es nochmal umrühren. Schnitttechnisch, weiß nicht, ob man es sieht. Das ist halt ein normaler Virginia-Tabak, Feuchtigkeit eigentlich sehr, sehr gut eingezogen. Normaler Schnitt, nicht zu grob, nicht zu fein. Und also designtechnisch, wie gesagt, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Ganze so findet. Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen und fällt auch auf jeden Fall in jedem Tabakregal sehr, sehr gut auf. So, bevor wir dann zum Geschmack und zu den ganzen Punkten noch kommen, mal kurz zum Setup. Wir rauchen hier einmal auf der Byro Panda und auf der Panda Hooker. Einmal im Meerlochkopf drüben, das ist jetzt einer von Pogosor, ein ganz normaler Steinmeerlochkopf mit Kaminaufsatz. Und hier ist es der Lit-Lip mit einer Smokebox oben drauf und das Ganze überall mit drei Kuchen. Hier haben wir gerade mal eine raus. Schon mal so kurz vorweg, was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass er im Meerlochkopf aktuell bei uns besser läuft. Das ist jetzt mal so ein kleiner Punkt, den ich schon mal mit erwähnen möchte. Allerdings komme ich jetzt auch zum wichtigen Punkt Geschmack. Da bin ich nämlich komplett raus, weil ich seit einigen Monaten, zwei, drei Monaten bestimmt schon nichts mehr schmecke. Zumindest Shisha-technisch null und auch nichts riecht. Das ist ein bisschen blöd mit dem ganzen Tabak eben abschmecken und so. Das mussten die beiden machen. Deswegen kann ich zum Geschmack und zum Geruch leider gar nichts sagen. Genau, deswegen würde ich sagen, kommen wir zum Geruch. Und bevor wir es sagen, wie gesagt, er schmeckt wirklich im Tonkopf ein klein Tick besser, egal ob mit Smokebox oder mit Kaminaufsatz. Aber man kann ihn genauso gut im Funnel rauchen. Also wie gesagt, auch gerade im Funnel ist er eigentlich wirklich fast genauso intensiv. Wir finden ihn aktuell im Mainstream-Setup-Tonkopf ein bisschen besser. Ist ja immer noch das meistgerauchte Setup, würde ich behaupten. Aber man kann im Funnel ihn wirklich auch sehr, sehr gut rauchen, räumen die Pfeife nicht ab. Und da würde ich sagen, kommen wir einfach mal zum Geruch. Ja, und der Geruch ist einfach genau das, was wir im Geschmack widerspiegeln wollen. Einfach im Vordergrund dieser richtig schöne saure Eisapfel. Und im Hintergrund schwingt noch so ganz leicht diese Traube eben mit. Wie gesagt, aber nur im Hintergrund, im Vordergrund soll wirklich dieser saure Eisapfel stehen. Und genau so riecht es auch. Eine ganz, ganz leichte Menthol-Note ist dabei. Wie gesagt, ist ein Eisapfel, ist aber wirklich nicht extrem kalt. Also für Leute, die eine extreme Kühle wollen, ihr müsst euch dann einfach irgendwie Supernova oder irgendwas anderes reinhauen. Er ist wirklich so eine ganz leicht angenehme Kühle im Hals, weil ich selber persönlich mag so extrem viel Menthol, Minze mag ich nicht. Und deswegen haben wir den Tabak natürlich auch so ausgelegt. Ist wirklich so ein ganz angenehmes, leichtes, kühles Gefühl im Hals. Einfach perfekt für Sommer, wenn man am Strand sitzt oder wenn man am See ist oder Freibad, wie auch immer. Einfach so ein richtig schöner, fruchtiger, sauerer Apfel-Sommertabak. Wie gesagt, die Traube ist nur im Hintergrund und schwingt quasi so einen kleinen Ticken mit. Aber im Vordergrund ist wirklich, wie gesagt, der Eisapfel. Beim Amok Smogwasser war es ja genau andersrum. Da war eben quasi die Traube im Vordergrund. Und wir wollten jetzt einfach diesen richtig schönen, sauren Eisapfel im Vordergrund. Und genau das kommt einfach auch im Geruch und im Geschmack von mir raus. Und ja, wäre blöd, wenn wir jetzt nicht sagen würden. Gibt auf jeden Fall mal eine Probierempfehlung. Wie gesagt, wo gibt es ihn aktuell zu kaufen? Sicher gibt es ihn auf jeden Fall bei Shisha Galaxy zu kaufen und bei Huka Black. Und natürlich auch ab sofort, sofort lieferbar bei ottermann.de. Ansonsten, andere Shops würde auch noch kommen. Werden wir jetzt demnächst uns mit den ganzen Shops noch auseinandersetzen. Aber wo es ihn ja genau hundertprozentig geben wird, können wir euch nicht sagen. Bis auf diese drei Anlaufstellen. Aber wenn ihr bei eurem Offline-Shop oder Online-Shop den Tabak haben wollt, fragt einfach an, sagt, hey, habt ihr den Slap von Ottermann da? Ja, fragt einfach nach. Da wird auch, denke ich, der Shop eures Vertrauens den Tabak im Sortiment aufnehmen. Und dann könnt ihr ihn vor Ort kaufen. Ansonsten einfach bei Ottermann, bei Shisha Galaxy oder bei Huka Black. Genau, probiert den Tabak einfach mal. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze so findet. Wir werden auch höchstwahrscheinlich nächste Woche, wahrscheinlich noch nicht, aber übernächste Woche ein paar Shops abfahren. Und werden da so ein paar kleine Tastings machen, dass ihr das Ganze mal mit uns vor Ort probieren könnt. Das wird dann wahrscheinlich in der Nähe Nürnberg irgendwo sein. Da haben wir ein, zwei, drei Shops, die wir auf jeden Fall anfahren werden und ein paar Tastings machen werden. Das ist schon sicher. Dazu aber nochmal Informationen auf Instagram. Also da einfach mal abchecken. Da wird man das auf jeden Fall in die Story noch reinpacken. Eure Meinung ist uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare und uns per Facebook oder Instagram einfach mal an und schreibt uns, wie ihr den Tabak so findet. Bitte nicht Facebook. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal an Facebook reingeschaut habe. Ich schaue schon rein. Schreibt uns auf jeden Fall mal, euer Feedback ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir eventuell, wenn wir noch eine zweite Charge machen sollten, dass wir da vielleicht nochmal minimal ein bisschen nachbessern können. Genau, wenn der Großteil sagt, es muss ein bisschen mehr Trauben herragen, dann werden wir vielleicht noch ein bisschen Trauben heranmachen bei der zweiten Charge. Sagt uns einfach euer Fazit. Wie gesagt, unser Fokus war wirklich diese saure Eisabfüllung vor der Grundjagd. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie euch der Tabak so schmeckt, ob ihr euch eine Dose holt. Und wenn ja, sagt dann gerne Bescheid. Kontaktiert uns, wir sind auf euer Feedback gespannt. Ja, wenn ihr eine Dose habt, macht einfach ein Foto, markiert uns auf Instagram und können wir es auf jeden Fall safe reposten. Wir werden, ich sage das mal im Vordergrund, wir werden jede Story reposten, außer es werden jetzt am Tag 500 Storys einprasseln, was ich jetzt halt mal nicht vermute. Aber wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, jede Story mit dem Tabak reposten. Deswegen markiert uns einfach und dann passt das. Ja, dann grüßen wir zum Schluss natürlich noch unsere treuen Mitglieder, unsere Ultra Buster. Die seht ihr jetzt dann gleich mal eingeblendet. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon für dieses Video. Ich glaube, es gibt jetzt nochmal viel zu sagen, außer... Genau, außer auch noch vielen Dank an alle anderen Mitglieder, außer die Ultra Buster. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und dann gibt es nichts mehr zu sagen, außer das Shishas, ein Hobby, Shishas, Leidenschaft. Macht gut, haut rein und Servus. Vielen Dank.